Heinz Hönig ist ein deutscher Schauspieler und Schlagersänger. Seinen Durchbruch hatte er 1981 als Funkmart Hinrich in Wolfgang Petersens das Boot. Dieter Wedel besetzte ihn U.A., in seinen Mehrteilern Der große Bellheim, Der Schattenmann, Der König von St. Pauli und die Affäre Semmeling. Neben seiner Mitwirkung in über 140 Film- und Fernsehproduktionen wirkte er in zahlreichen Theaterinszenierungen. Leben frühe Jahre und Theater Heinz Hönig kam als Sohn eines Kranführers zur Welt und wuchs in Harlingerode, einem Stadtteil von Bad Harzburg im Landkreis Goslar, am Harz auf machte eine Schlosserlehre, arbeitete als Silberschmied, Tischler, Imbissmitarbeiter und als Streetworker für das Antidrogenprojekt Release in Berlin. Nach einem Gastspiel von John Allens Theater of All Possibilities ging er mit allen nach Amerika, um bei ihm Schauspielunterricht zu nehmen. Von 1972 bis 1974 lebte er auf Allens Farm bei Santa Fe. Wieder in Deutschland spielte er am Berliner Grips Theater. 1986 spielte er in dem Sam Shepard-Stück Fool for Love am Schauspielhaus Zürich. 2015 spielte Hönig bei den Bad Hersfelder Festspielen unter der Regie von Dieter Wedel in einer Inszenierung von William Shakespeare's Die Komödie der Irrungen. Film und Fernsehen 1975 gab Hönig sein Filmdebüt in dem schwarz-weißen Filmdrama Unter dem Pflaster ist der Strand von Helmer Sanders-Brahms. Der Durchbruch gelang ihm 1981 durch Wolfgang Petersens Romanverfilmung Das Boot, in dem er den Funk Martinrich spielte. Mehrfach arbeitete Hönig mit dem Regisseur Dieter Wedel zusammen, der ihn in seinen Mehrteilern in einer der Hauptrollen besetzte. Seine Spielpartner in den Mehrteilern waren Mario Adorf und Stefan Kurth. 1992 spielte er in der Große Bellheim die Rolle des skrupellosen Spekulanten Rottmann. In der Schattenmann von 1995 gab er den frühpensionierten Polizisten Erich, King, Grobecker, im Sechsteiler Der König von St. Pauli spielte er 1998 den Nachtclubbesitzer Sugar und 2002 übernahm er die Rolle des Fraktionschefs Axel Roppert in die Affäre Semmeling. Für seine schauspielerischen Leistungen in den Wedel-Mehrteilern wurde er vielfach ausgezeichnet. U. A. erhielt er 1996 den Bayerischen Fernsehpreis und 1997 zusammen mit Dieter Wedel und Stefan Kurth den Adolf-Grimme-Preis für Der Schattenmann. Von 1998 und 2001 spielte er in der Sat. 1 Krimi-Reihe Stan Becker die Titelrolle eines ehemaligen Wuppertaler Polizeikommissars. Im März 2006 war Hönig in der Auftaktfolge Rotkäppchen – Wege zum Glück der ProSieben-Märchenstunde an der Seite von Karl Dall und Christian Tramitz in einer komödiantischen Rolle als Finanzminister Eisenhans zu sehen. In Otto Walkes »Kinokomödien sieben Zwerge«